einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin mit einem ganz anderen video und zwar ja ich hatte in einem odin was shoppen euch schon mal gezeigt so ein lichterband für das bett so ein ja so ein bettlicht habe ich euch gezeigt und das hat wohl die firma gesehen wo ich das ja bei amazon gekauft ich weiß jetzt auch nicht ob es die firma ist wo ich das auch gekauft habe ich bei amazon ja nicht nachgeguckt ob es die gleiche firma ist jedenfalls haben die mich angeschrieben und haben gefragt ob ich über die leiste nicht noch ein video machen würde die würden als dankeschön mir kurz zur verfügung stellen dass meine abonnenten ein paar prozent rabatt kriegen da habe ich gedacht klar warum nicht wenn ich meinen abonnenten damit was jute tun kann und dann kurz das video über eine lichterkette mache oder ein lichterband warum nicht warum ich im flur stehe und ich im schlafzimmer ich habe die lichterkette zweck empfremdet also ich habe sie nicht unterm bett in der video beschreibung unten da werdet ihr zwei links finden einmal zu der lichterkette aus einer elli also aus einem band und einmal aus zwei bändern falls ihr eine seite und andere seite auch haben wollt und der rabattcode ist auch in der video beschreibung so und zwar habe ich das da dran ich werde euch das mal zeigen so da seht ihr praktisch das ist der sensor hier geht es hoch zur led ne hier geht zur led und hier geht zum strom hier ganz oben seht ihr jetzt schlecht hier ist ein rädchen da kann man die dauer einstellen also von 30 sekunden bis glaube eine halbe stunde oder so kann man das einstellen wenn man das dreht um die kappel auf 30 sekunden lassen reicht vollkommen aus und das band ist da oben dran das habe ich so im halbkreis gemacht dann brauchte ich nicht abschneiden und weil hier oben soll noch so ein vorhang vor und dann finde ich das halt besser wenn das ein bisschen dahinter ist und so und der vorteil und warum ich das so zweckentfremdet habe ist mein zimmer ist also mein schlafzimmer ist hier und der lichtschalter ist da und da ist für badezimmer und flur wenn ich jetzt hier rinkomme lichtschalter drücken ist okay meine tochter hat da hinten ihr zimmer und die hat einen längeren weg bis zum nächsten lichtschalter und ja abends ist es halt immer doof du machst licht an dann gehst du ins bad dann wirst du immer so ich weiß ja nicht ob den ein oder anderen auch so geht dann wird man schnell wach oder wacher als man eigentlich sein will und das geht an das ist weiß ist auch gar nicht so hell wie das hier oben und das geht nach 30 sekunden aus du brauchst keinen schalter drücken du brauchst nicht irgendwie angst haben dass sie irgendwo jägen läuft und das led ist energiesparend ja von daher habe ich gedacht das ist eine super möglichkeit ich hatte wo ich jetzt hier die giga gate hier getestet hatte angefangen habe zu testen hatte ich das ja schon mal hier ab dem strom und es ist echt kurios wie schnell man sich daran gewöhnt meine frau und ich und meine tochter haben uns da echt innerhalb von kurzer zeit sehr daran gewöhnt dass wir hier kein lichtschalter abends brauchen dass hier die energiesparende led angeht und das reicht komplett aus um den weg zu finden aufs klo zu gehen und wieder zurück zu gehen auf dem klo ist ja sowieso automatisch auch led licht weil mein klodeckel hat licht also wenn man dann hoch macht dann ist automatisch licht da ja und das spart halt auch unheimlich strom so ja wie gesagt ich habe mir damals gekauft und die firma hatte die sehen und ich habe da jetzt ein angebot gekriegt und ich dachte für euch mal kurz das video über eine led lichterkette ist kein problem wenn ich meinen abonnenten damit was jute tue und jeder paar prozent sparen könnt wenn ihr das kaufen wollt warum nicht deswegen habe ich das gemacht also ich kriege jetzt kein geld für dieses video ich habe auch nicht die kette gratis gekriegt oder irgendwas dergleichen das ist einfach nur die haben mich angeschrieben weil sie die sehen haben und habe gedacht klar warum nicht so ich würde mich jetzt dann erstmal verabschieden ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ihr noch irgendwelche fragen habt einfach runden in die runden unten in die video kommentare posten ich bin dann erstmal weg wenn es euch gefallen hat wie gesagt daumen hoch nicht vergessen ahoi sagt euer odin